... mit der Hand Landoval. Sechs Mannschaften haben sich abgesetzt in diesem Augenblick. Aber die Verfolger kommen wieder näher. Vor uns ist die Rote 15. Das ist Jonathan Dinkler. Achter der deutsche Meisterschaft am Mannschaftsempfahrer. Auch ein Stellermann. Im Jungenbereich. Jetzt der Wechsel an der Spitze. Gut geklappt. Kommt als Erster auf die Zielgerade. Und gehen als Erster in die Wertungsrunde. Die Startnummer 5 in Schwarz. Das ist Jonathan Schotzer. Bayerischer Meisterschaft am Mannschaftsempfahrer. Kurt Gritter bei der 38. Runde. Schön eigentlich. Oh, das war ein toller Sprung. Wird mit einem Berliner Applaus gelohnt, meine Damen und Herren. Das ist der Auftakt hier. Eben, die Runde werden da. Bei einem Anzeichen über Günder sechs Tage. Und hier das Ergebnis. Fünf und zehn. Sieb, zehn und sechs. Und damit Viertelpunkte für die Mannschaft. Fünf. Lukas Löhr, Julian Schürze. Drei Punkte für die Mannschaft. Zehn. Manuel Kursler, Sven Reuter. Zwei Punkte für die Mannschaft. Siebzehn. Konrad Gessner, Robert Krause. Und einen Punkt. Friedrichschaft Nummer sechs. Nürnmann durch. Franz Schufmann, LSV Sonneberg, Thüringen. Das aktuelle Ergebnis für Sie an der Anzeigetafel. sagen, es Quatsch Nummer. Vielen. Das war's für heute. 16 Mannschaften im Abruxel.